Canus Julius, ein ganz hervorragender Mann, den zu bewundern selbst der Umstand kein Hindernis ist, dass er in unserem Jahrhundert geboren ward, hatte einen langen, scharfen Wortwechsel mit Caligula, nach dessen Abschluss dieser neuen Phalaris zu dem Fortgehenden sagte, »Schmeichle dir ja nicht mit törichter Hoffnung. Den Befehl zu deiner Hinrichtung habe ich bereits gegeben.« »Dank dir«, erwiderte er, »mein gnädigster Kaiser.« »Glaubst du wohl, dass jener die zehn Tage bis zu seiner Hinrichtung ohne jede Anfechtung von Kummer hingebracht habe?« Es klingt fast unglaublich, was dieser Mann gesagt und getan, welche Ruhe er bewahrt hat. Er saß beim Brettspiel, als der Zenturio, der den Transport der Verurteilten leitete, auch ihm den Befehl zu gehen ließ, sich fertig zu machen. Bei diesem Ruf zählte er die Steine und sagte zu seinem Spielgenossen, »Nimm dich in Acht und lüge nicht etwa einem vor, du habest gewonnen.« Darauf winkte er dem Zenturio zu und sagte, »Du bist mein Zeuge, dass ich um eins voraus bin.« Von Trauer erfüllt waren die Freunde, da sie solch einen Mann verlieren sollten. »Was trauert ihr?« sagte er. »Ihr forschet, ob die Seelen unsterblich seien. Ich werde es alsbald wissen.« Und so fuhr er auch in seiner Todesstunde fort, nach der Wahrheit zu forschen und seinen eigenen Tod zu seiner Quelle der Forschung zu machen. Es begleitete ihn sein Philosoph, und der Zug war nahe dem Hügel, wo man unserem Gotte, dem Kaiser, das tägliche Opfer brachte. Da sagte der Philosoph, »Was denkst du jetzt, Kanus? Womit beschäftigt sich dein Geist?« Ich habe mir vorgenommen, erwiderte Kanus, in jenem schnellsten aller Augenblicke zu beobachten, ob die Seele ihres Abscheidens sich bewusst sein wird, und er versprach, wenn er darüber etwas erkundet hätte, als Geist bei seinen Freunden umzugehen und ihnen Kunde zu geben, wie es mit den Seelen stände. Schau, welche Ruhe mitten im Sturm, ein Geist würdig der Ewigkeit, der sein Todesverhängnis zu Ergründung der Wahrheit benutzt, der im letzten Lebensaugenblick die scheidende Seele über ihren Zustand befragt und nicht bis zum Tode, sondern vom Tode selbst noch etwas lernt. Schau, welche Ruhe mitten im Sturm, ein Geist würdig der Wahrheit benutzt wird, als Geist wird, als Geist wird, als Geist wird, als Geist wird.